Mir ist so heiß. Es ist so lustig im Moment. Herzlich Willkommen, neuen Freunde. Lexi, geht jetzt? Wir machen noch eine letzte Runde. Ich weiß nicht, wie lange die wird. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns. Die ofte ist auch jetzt eigentlich ein Impostor geworden. Holy shit. Ja, die werden immer auch schon Impostor. Ich werde die immer nie Impostor. Traurig. Und weh, ich sterbe jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist mein Bomber? Geblieben. Was ist der denn da? Weiß ich nicht. Geh'n hier mal rein und gucken. Okay. Kurt ist Upper Engine gewesen. Upper Engine? Okay. Nur bei mir, die bei mir und die bei mir. Was ist denn Upper Engine? Oben, nur bei der Oben. Aaron? Ich war da vor ungefähr 5 Sekunden. Also, sie war bei mir, nur bei mir, die bei mir. Ich war glaube ich bei Veränderung. Ich meine ich. Also, ich glaube nicht. Als Decke. Ich glaube, das ist Legend Aaron, weil er den selber gespottet hat. Aber ich war da eben, hab diese Dinger hätten da. Tobi, was ergibt denn das für einen Sinn? Hey, wer war denn da unten? Ja, ich war eben noch bei Upper Engine. Das ist, deswegen... Ja, warum hast du denn da nicht reportet? Ja, weil er nicht da war. Ja, das weiß ich auch. Knuddy war letztendlich nicht da. Hm. So wie die letzte Leiche? Na, die letzte Leiche war wirklich der nein. Knuddy kann? Knuddy muss gerade erst von Prophetiege gekommen sein. Fenrich 1, was hast du denn gerade gemacht? Ich? Du kennst doch dieses Engine einstellen, was man da links hat. Mhm. Ja. Das hab ich erst oben gemacht, dann hab ich's unten gemacht. Deswegen hab ich mich gewundert. Erst oben, dann unten? Ja. Beginnt das nicht unten? Ja. Nein, das beginnt unten. Nein, das beginnt unten. Das beginnt oben. FENRICH 1 ist es. Weg mit dem. Ich will euch nur sagen, es beginnt tatsächlich oben. Nein, es beginnt tatsächlich unten. Nein, 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 es beginnt unten. Ich hatte es vorher auch. Danke Fenrich 1 dafür. Haha. Ja, vielleicht wollte er seinen Traitor-Kollegen. Oh, das kann ich nicht so sagen. Pfff. Ich call's, wie war's nicht? Ich call's nicht. Ach, Tobi war's. Außer es lost, dann war es nicht. Wurde es das währenddämen, wo anfängt. Ich kann oben unten nicht unterscheiden, ne? Wurde es das währenddämen, wo anfängt. Nee. Ich hatte das noch nie, dass es oben angefangen hat. Bin ich mir glücklich. Bin ich hundertprozentig sicher. Ich schon. Aber ich wollte nichts sagen. Okay. Haha. Wir gehen jetzt hier rein und gucken. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Raum. Weil hier Aaron ist. Bleib bloß weg. Ich muss hier 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 weg. Ich muss da weg. Okay. Da sind jetzt vier Leute, ja? Wenn die gleich tot sind, ne? Dann wissen wir, wer das war. Föbe, Tobi, Leon und Aaron, glaub ich. Gott, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Hab ich die ja gesehen? Okay. Die leben noch. Guck nochmal hier rein. Okay. Da ist keine Leiche. Keine. Föbe ist von hier gekommen. Ist hier was? Ne, hier ist auch nichts. Sehr schön. Dann gehen wir weiter. Ups. Wollte die Karte aufmachen. Ich muss hier rein. Und irgendwas knackt. Ja, also irgendein Mikro von denen. Knackt irgendwie. Ich weiß nicht warum. Aber okay. So, da müssen wir gleich wiederkommen. Oh. Hä, bin ich das? Okay, hier. Das ist vielleicht schwierig für dich. Aber ich kann von irgendeinem zwar. Ich dachte, ich wär grad gestorben. Marco, bist du blöd oder blind? Simon tötet ihn mitten vor den Augen. Hä? Ja. Also Marco, also wenn du das nicht redest, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Okay, aber die haben wir safe. Die haben wir thrash gemacht. Es ist so hart, Simon. Hä? Wann? Wenn Simon jetzt nicht rausfliegt, ne? Ja. Aber die haben wir über die AFK im Kopf, oder? Oh man. Ja, ihr war da gern gut? Töne ich gern gut? Hä? Ach, Kopf nicht thrash. Eieieieiei. Was? Ich hier mit was für nem Team hier spiele. Erst boten sie mich zweimal raus, dann akzeptieren sie mich an Aaron. Ich bin meine Leiche. Dann sieht der nicht, dass Simon ihn mitten vor meinen Augen umbringt. Oder seinen sogar auch noch. Okay, also Aaron glaub ich ist es nicht. Das heißt, Marco ist es wahrscheinlich. Oder er tötet mich jetzt doch noch hier. Ja, er tötet mich. Er tötet mich. Er ist es doch. Wow. Ja, cool. 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 Das find ich ja cool. Mann. Mann ey. Ich war so gut, Leute. Ich war so gut. Ich war so gut. Ich weiß nicht mehr wo die Leiche ist. Ja doch. Wo warst du denn gerade? Ich bin grad von Admin gekommen. Von Admin, ja. Das hab ich gesehen. Ja. Und zwar wie du rüber gewandet bist. Ich bin nicht rüber gewandet. Nicht? Dann bist du gelaufen. Ich bin gelaufen. Ich bin gelaufen von den Communication Dings. Schmatten, weil ich da meinen Dings da gerade zu swipen musste. Kommunikation? Aaron, was kalt hast du aus? Sowso, Aaron. Hä, wirklich? Aaron, du musst da haben keine Tasks, Aaron. Ja, aber ich bin ja keiner. 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 Marco, wo warst du denn? Ja, neben dir. Fragen wir mal so. Neben dir. In Reaktor. Ja, damals. Damals. Das war ja schon ewig her. Ja, das ist richtig. Aber ich war... Wo warst du neben gerade? Ja, eben gerade. Auf dem Weg nach rechts zum Dingens, zum Koms. Das war mein Tasmaron jetzt. So, so. Dann muss es für mich sein. Hundertprozentig. Scheiße. Ja, ich hab's. Geil. Wenn ein Imposter kommt, deadlost. Ne, also... Mann, ich will auch mal Imposter sein. Wie, Mann? Ich sag euch aber noch, dass es Aaron ist. Ich werde verkackter mal rausgewoutet. Weil ihr Idioten denkt, dass man das nicht von oben nach unten macht. Ihr Spaß. Ja, ich wusste das. Aber ich wollte dich draus haben. Richtig. Ich dachte, das wäre ja immer von unten nach oben. Ich dachte, das wäre ja weg. Ja. Ciao. Ja, dann... Also fuck, aber wenn wir zu 17... Dann hau ich jetzt auch rein hier. Tschüss. Okay. Also das war's. Was hier die letzte Jahre auch nicht passiert ist, das war äh... Ja Leon, sag doch mal schnell tschüss. Wenn's um Imposter geht. Ich bin jetzt nur vier. Ja, der Rest ist raus. Der erste Dunk-Kult. Ich bin das. Weículo one long. So, čüss ja! Chaui. Chaui-